Grüß Gott Leute, hier ist mal wieder bis seit 14 Jahren und zwar heute gibt es wieder ein kleines Video und ja, ähm ja, äh, wir werden einfach mal, äh, ein kleines Hardcore spielen, nämlich Team Deathmatch oder Abschuss oder Suchen, ähm, Herrschaft oder frei für alle das darf mein Freund auswählen Das ist nicht mit Zoom und zu Sternen, aber das ist nicht frei für alle Ah, Zoom und zerstören, das darf aber mein Freund auswählen Ja Leute, servus, ich bin auch wieder hier heute bei meinem Kumpel und genau, ich suche ihm jetzt mal was aus Schau mal weg lieber Aber kein Abschuss bestätigt Du hast glaubt, ich darf eins auswählen, fertig Aber nicht Abschuss bestätigt Na ne, hinschauen Passt So, er hat mir was ausgesucht, ähm Herrschaft, okay Ich spiel eigentlich Hardcore, spiel ich nie Aber ich, ich find Hardcore ist besser, weil da hat's schneller hin So, jedenfalls, ich werd hier eine kleine Musik reinhauen Und dann sag ich nur noch Danke und wir sehen uns dann wieder am Ende Jeder für jeden ist Feuer Im Regen stehen wir niemals allein Und solange unsere Herzen uns steuern Wird das auch immer so sein Ein Hoch auf das, was vor uns liegt Dass es das Beste für uns gibt Ein Hoch auf das, was uns vereint Auf diese Zeit Ein Hoch auf uns, uns Auf dieses Leben Auf diesem Leben Wer immer bleibt Ein Hoch auf uns, uns Auf das und Ehre Auf einem Tag Ein Hoch Griff Mit einem Fernsektor Ein Hoch auf das Mit einemymmenzen Z – zu – Ja, Beethoven Ewes An all Traum Begef Swed Das war's für heute. Die Weiblinge ist S1-5 gekommen, in Deckung! Achtung, Weiblinge! Der Weiblinge nimmt Alpha-1. Die Weiblinge ohne online. Wir haben Alpha verloren. Der Raketenschlag! Und Rump, das war wie aus dem Leber! Ein Hoch auf das, was für uns liegt. Das ist das Beste für uns, die ein Hoch auf der Erde. Ein Hoch auf dieses Netz. Ein Hoch auf uns, wo uns, auf dieses Licht. Ein Hoch auf das, was für uns liegt. Ein Hoch auf das, was für uns liegt. Ein Hoch auf das, was für uns liegt. Also Leute, danke, dass ihr wieder zugeschaut habt. Abonniert nicht vergessen, Like nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. und schaut bei meinem kumpel vorbei heißt Matthias Unertl und ja bis zum nächsten Servus